Es war unglaublich. Beim ersten Konzert, der ersten Tour, da hatten wir schon unseren Nummer 1 Hit, kam ich auf die Bühne und in den ersten vier Reihen waren nur Jungs und Mädchen mit meinem Haarschnitt. Da dämmerte es mir. Meine Haare waren wichtig. Während der Limal Haarschnitt nicht nur unter Englands Jugend zum Hit wird, erweist sich Bassist Nick Beck Styling als echte Herausforderung. Ich fing damals an, mit meinen Haaren herum zu experimentieren. Meine Freundin musste mir Perlen reinflechten, weil es kein Friseur anbot. Ich saß vor dem Spiegel und erklärte ihr, wie sie die Perlen aufzureihen hat. Das Ganze dauerte zwölf Stunden. 12 Stunden, um das zu tun zu tun. Aber du schlappst mit diesen Dingen? Ja, alle Zeit. Alle Zeit? Ja. Also, er schläft mit den Dingen. Also, wenn du sie einen, einen da hast, kannst du nicht... Oh, aber... Some fallen aus. Schau, lass mich euch zeigen. Ich habe ein paar Haare am Back. Also, einige sind ihm schon rausgefallen, aber er schläft mit ihnen. Das ist sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.